Norddeutscher Rundfunk 2021 Professor Koch? Herr Geheimrat? Hilfswärterin Lenze. Dr. Ehrlich schickt mich. Wie geht es Ihnen? Sie glühen ja. Sie müssen das Fieber senken. Robert? Was machen Sie da? Wer sind Sie bitte? Ida Lenze. Und Sie? Ich bin das Gerücht im Leben von Professor Koch. Ihr Gerücht hätte ich mir aber blasser vorgestellt. Robert? Bist du krank? Robert, was? Er hat das Tuberkulin an sich getestet. Kaum lässt man dich allein, schon machst du Dummheiten. Zeigen Sie mir, wie das geht. Dann kann ich das übernehmen. Kornen Sie sich das zu? Ich mag einige Schwächen haben, aber fehlende Courage gehört sicher nicht dazu. Vielen Dank, Frau Lenze. Kornen. Untertitelung des ZDF, 2020